so und direkt wieder zurück wollen wir sehen ob ich diesmal packe 1 2 3 x und es wird fröhlich gerutscht springen und weiter und weiter und schneid ab du hast aber schöne augen was einfach abgesprengt die flosse wo ich es aber dunkel hier ist aber mächtig dunkel kann ich was machen nicht so richtig jawohl boah ist das geil ho alter mach die bloß lang die olle kratus ich kann hacken ja sehr schön schneid auf jetzt kommt die nächste oder was boah bist du hässlich fies hohohohohohohohoho wie mal ist denn jetzt hier am besten ja gut dann kannst du mich wohl erwischt raus da aus der grütze aber auch nicht zu beißen doch Komm mal, gibt's was, gibt's was auf den Kiefer? Immer wieder ein Speer hier, oder was? Gar nix wärst du. Na, lässt du das wohl sein? Muss ich nochmal zaubern hier. Auf, dass du erstmal so einen Leinen-Abflug machst hier. Also sollen sie mal hier gegenseitig aufressen, die blöden Schlampen, die. Wann? Wann? Na? Oh, ich brauch grüne Energie, ist wirklich. Oh, oh. Ich dachte, es lief gut, aber es lief gar nicht gut. Ich hab ganz schön viel eingesteckt. Gut, nochmal. Ich hab keine Ahnung, bräuchte ich diesen Speer, wirklich? Das war auch mit einem Beißerchen hier an mir rumzuschnabulieren. Ich zauber ein bisschen. Pam. Na ja, ja, da hast du mich erwischt. Aber bildet hier da bloß nichts drauf ein, da. Ah, das sieht doch schon ganz anders aus hier. Das ist ein blöde Fuller. Ah, das ist ein blöde Fuller. Ah, das ist ein blöde Fuller. Das mit den Glocken, das ist so ne Sache hier, ey. Scheiße. Nein, 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 nein. Vogel, Vogel, fast Linde. Das gibt's auch nicht, ey. Scheiße. Die müssen doch irgendwie klein zu kriegen sein, die blöden Säcke hier. Blöden Säckinnen. Mit dem Vogel ist töcherlich nervig. Oha. Oha. Oh, ha. Raus aus dem Ding. So, das gibt mir schon mal wieder ein neues Ding. Kann ich das denn blocken? Ich würde ja so gerne Sachen blocken auch mal. Wow, das ist doch unglaublich. Das muss doch irgendwie klein zu kriegen sein, hier die blöde Sau. Jawohl. Komm schon, schneid weiter. Auf das Köpfchen. Ja. Zack. 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 Oh, und volle Kanne ins Auge. Alter Latz. Nix gibt's. So sieht's nämlich mal aus. Oh. Jawohl. Mach doch auf. Huah. Ich glaub ich hätte diesen friegenden Vogel noch wesentlich besser kämpfen können mit dem, mit den Augen. Aber nun ja, das fällt einem natürlich immer erst hinterher auf. So, du Grutzvieh. So, du Grutzvieh. Das Schlendern war doch mal wieder rüber. Paff. Hätte hier niemand aufkommen sollen. Hätte hier niemand aufkommen sollen. Habe ich's versiebt? Hast du spät gedrückt, dich Vollidiot? Ach, ich bin so blöd. Manchmal, da frage ich mich selber. Warum bist du eigentlich so geil? Und ich weiß keine Antwort drauf. So, jetzt ziehe aber. Sparta. Oathbreaker. Breaker. You bring this pain on yourself. Zack. Bumse hier. Wupp und weg mit dem. Ja, da dröhnt das Köpfchen, ne? Bum. Ach ja. Ach ja. It's an illusion, Kratos. Das ist mir doch ganz egal. Mal. So be it. Ich werde dich nicht von dieser Schmerzen freien. Na und? Band broken. Was ist denn mit der anderen? Ah ne. Ich war ja schon tot. Oder so. Ein kleines Häuschen im grünen. Na ja. Eine kleine Hanfplantage im Garten. Na. Spartaner. Na. Spartaner. Na. Spartaner. Na. 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 Oh Mann. So sieht das nämlich aus. Burn it down. Now free of the furious madness, but still tortured by the truth of his past, Kratos left the only home he'd ever known and set out to undo all that he had want. Göttertöten! Ja, schön. Geile Scheiße. Göttertöten! Senior Producer, Whitney Wade. Lead Programmer, Vassilie Filippov. Art Director, Christopher Sutton. Lead Designer, Mark Simmon. Director of Product Development, Chaco Sonny. Senior Director of Product Development, Shannon Studstill. Directors of Technology, Chris Direxen and Tim Maas. Thank you all very much. Production. Und so weiter und so fort. ütün 겠다apal arrangements. §§ §§ §§ §§ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020